Ich bin Werner Christmann, ich komme von Steier am Rhein, ich bin hier aufgewachsen, am schönen Rhein. Ich bin 59 Jahre alt, ich habe drei Töchter, meine jüngste ist drei Jahre alt und ich bin mit meiner zweiten Frau jetzt 18 Jahre gehiratet. Und ich bin ein leidenschaftlicher Wanderer, ich bin ein leidenschaftlicher Politiker und ich bin ein leidenschaftlicher Forumschreiber. Ich bin am Wasser aufgewachsen, ich bin lange Zeit weg gewesen von hier und ich bin immer wieder zurückgekommen. Es ist nicht gross, es ist auch nicht ganz klein, aber es ist immer noch ländlich. Andere würden sagen, man sagen kleinbürgerlich, aber das gefällt mir. Ich bin relativ giftiger Schreiber, ich bin eher auf der rechten Seite der Politik, ich bin keinerlei Partei zuzuordnen. Aber ich lese alles, ich lese wirklich alles, was zu meinem Thema aufgeschaltet wird. Weil eben, ich will mich ja schlussendlich auch eine Meinung bilden, weil ich habe ja meine Ideen, ich habe meine politische Ausrichtung und es gibt auch von der anderen Seite, also von der anderen Seite, so gesagt, gibt es Meinungen, wo ich sage, ja, du hast auch nicht Unrecht, absolut, da kann ich wieder zu mir hineinflussen lassen, oder? Ich nehme gerne von anders Denkenden, nehme ich gerne mal in Gedanken auf. Und ja gut, ich habe schon gedacht, dass eventuell mal von mir jemanden in Gedanken aufgenommen hat. Und ja gut, ich habe einen Sitzeln, das ist, du hast gì ich s혀, ich habe, es gibt es entsprechend на meinem Mögen. Untertitelung des ZDF, 2020